so so hallo und willkommen heute wird spannend wir wollen versuchen uns ein drachenei zu mobsen das kann durchaus interessant werden oder auch nicht wir werden mal schauen müssen uns noch ein bisschen fleisch alles nehmen mal so und hier kommt fleischmäßig sieht gut aus einlassen fallen lassen schön das inventar erleichtern okay vielleicht sollte genug sein muss ich allerdings auch erst einmal die drachenschlucht finden aber die ist da oben rechts also fliegen wir gemeinsam hin okay der vogel steht eigentlich auch kurz vorm level ab naja was heißt kurz davor bewegung ist 205 wir sollten schnell genug sein das wird spannend in den zu können und so trägt die map teile angucken lieber noch nicht kennen wird ein langer flug aber gibt doch vielleicht vieles interessantes zu sehen einige teile der map noch nicht aufgedeckt uns mal um gelette brücken wird stamina sieht super aus dann wollen wir mal hoffen finden gibt außerdem suche ich auch noch so ein todeswurm den ich gern mit meinem golem zerlegen würde in der hoffnung dass das funktioniert und wir uns dann auch ne mentis holen können so richtig was los so wo fliegen wir gerade hin ein bisschen mehr darüber okay noch ein agentar oh man war einer an ein tapis jahre ja dann halt nicht sagen dass noch woanders liegen oder aber richtig gerüstet einen falschen knopf drücken sonst alles zu ende auch wieder oben ist auch die drachenschlucht ein rex 44 ne da brauchen wir schon deutlich größere dass wir damit was reißen können schöne ausschnitte hier vielleicht sollte ich tatsächlich hier noch was trinken oh terror wird's terroristen vögel und weg nicht noch vorher damage kassieren guck mal die bäume kenne ich ja noch gar nicht das sind bestimmt diese joshua trays wo die archäopteryx rumflattern gut gut so getrunken haben wir halbwegs fit sind wir auch okay müssen wir nur noch die drachen finden so irgendwo hier oben sein erstmal die karte weg hoffentlich bin ich hier echt richtig wie wirkt riesig aber schön da hinten flimmert die luft hoffentlich kommt jetzt kein naturereignis weil das kann ich echt nicht gebrauchen so noch mal eine kurze tanke wegstecken nochmal einen abgedrückt ist etwas leichter entschuldigung erstmal ein späflug woher woher wir werden direkt verfolgt versuchen wir uns mal hier so ein paar rauszulocken jetzt aber abflug meine die wirken die riesig jetzt versuche ich dir hier über den fischzeug abzuschütteln oh shit das könnte ins häschen gehen ich bin zwar schneller aber nicht viel schneller nicht ganz so cool mehr movement speed wäre gut aber der vogel ist fast am ende naja gut noch nicht aber es fehlt auch nicht mehr viel okay die bin ich los geworden ein ei irgendein ei für den anfang den haben wir auch schon an der backen beide hopp hopp kommt jungs hier gibt es spaß oh mess der will sich nicht prügeln nein der hat wirklich oh der dreht gerade ab boah da ist jetzt aber nochmal beschleunigt wir machen jetzt gerade ruhig und eine stamina okay so nächster abflug versuche so viele drachen wie möglich aus dem weg zu ziehen wow 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 0 ok ich bin beide los geworden oh oh man oh er hat richtig leben gekostet oh 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 okay erneuter Anflug mal gespannt ob wir uns da ein Ei rausholen können wir haben ein bisschen torpedie okay Abflug, 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 da kommt was okay der hat es aber nicht auf uns abgesehen ob wir da jetzt ungesehen rein und möglichst auch wieder rauskommen ist mir echt noch ein Rätsel hier haben wir ja vorhin einige rausgezogen wo ist der Vogel denn jetzt schon wieder am Betäuben wer ist es blöder Wolf oh man keine Ahnung wie ich das packen soll nicht die geringste eigentlich muss da runter ja ich hab die Agro das wird echt schwierig ja ich höre es oh der klebt uns immer noch am hängen ah da hinten ist die Arena hallo kannst du dich mal anderen Viechern annehmen ein Einflugfehler jetzt machen okay da wie schnell der plötzlich beschleunigt wow nice aber Mission DragonEye ja zieh du ruhig weiter deine Kreise da so auftanken weiter geht's hallo aus dem Fenster getappt ok nächster versuch das wird sowas von in die hose gehen ich habe vorher im backup gemacht weiß ja nicht wie man das hinkriegen soll als in der play drachen drachen boah sieht das episch aus drachen 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 alles drachen 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 Nähe in echt wow 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 okay started ja den kannst du dich streiten will aber nicht will uns aber sowas von weg ok ich weiß nicht vielleicht sind die in der nacht was zahmer haben wir danach tanken eine zonkulisse hier drin übel und jemand am arsch am vogel voller fluchtmodus nicht bremsen so wie mama wie aussieht mich anhalten einfach weiter fliegen wird aufgegeben ok haben wir denn da 24 naja immerhin ab nach hause alter vater das haben wir und sogar ein blitzi nicht schlecht trotzdem die augen aufhalten wer weiß ob die doch noch kommen näher aber sieht gut aus echt losgeworden nee kein risiko einfach direkt nach hause genau und dann schön im schrank damit wir wohnen im übrigen beim grünen und fliege ich denn hier lang oh da ist auch wieder ein drache bist du denn nicht zu erkennen egal einfach heimwärts sonst holt der mich noch vom himmel da brauche ich nicht richtig ne wir wohnen beim grünen ja boah egal heimwärts nicht gucken fliegen auch achso ich dachte gerade ein drache oh fast zu hause ja hier ist der erzspalte genau fast geschafft los 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 machen wir schnell eine preserving win nicht Hallo? Hallo? Na nun? Naja, für ein Flatteritis. Muss doch auf jeden Fall wieder dahinter, oder nicht? Eigentlich schon. So, wieder ein Drache. Alter. Irgendwie muss ich denn loswerden. Liegt mir auch schon wieder was zurecht. Komm, 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 zeig mal. Vielleicht bist du ja sogar schon eine Weibel. Männlicher. Nicht toll. Doch nicht, habe ich den Vogel gelegt. Genau, so sollte es sein. Was ist das denn? Da drüben, genau. Jawohl. Jawohl. Irgendwo hier sollte auch die Ölpumpe rumstehen. Kann man direkt noch was Öl mitnehmen. Mit der Stamina-Pause. Hopp. Oh. Hörfchen. Ich bin da jetzt nur geheimwärts. einwärts heimwärts er legt mir nach vorteil hier sich zu orientieren ist echt eine hölle entschuldigen wir unten am grün da ok das müsste jetzt aber richtig sein so dürfte richtig sein heute ein paar torches bauen ja fast zu hause sehr schön so wer war denn hier bauarbeiter passt schon ob die standing torches habe ich noch nicht gelernt deshalb direkt mal lernen da sind sie doch dann facke genau ach dafür brauche ich auch direkt feuersteine alles klar kriege ich drin steine so wie eine und was man jetzt denn dann auch an stein man zum 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 mach mal hier jawohl danke jetzt fehlt am stroh alter voller ja das känguru läuft hier rum weil ich das noch themen wollte ich habe auch in den anderen zwei gaming boxen was zu sitzen endlich so 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 Ich lege mich mal da hoch. Dann setze ich mal hier hin. Sehr gut gemacht, Digga. Jawohl, ja. So, ab. Acht. Ab. Acht. 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 Nachrücken. Acht. Ballen lassen. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Acht. Na, komm. Acht. Acht. Wie leidet denn deine Gesundheit? Gar nicht, ne? Gut. Unabsichtlich eingesteckt, aber gut. Naja. So. Sparkpoder. 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 Hopp. 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 Okay. Das Holz ist ein bisschen Speis hier rein. Hoffnung, dass das reicht. Jawohl. Hopp. Hopp. Wupp, schwupp. Na. Na. Hopp. haben wir, haben wir, haben wir nicht haben wir haben wir hier machen wir mal den Rest rein so es ist zu kalt okay es ist zu kalt, ja gut ist ja auch noch nacht zu kalt aber die gehen ja davon nicht zugrunde es ist echt zu kalt ausprobieren immer noch zu kalt naja immer noch zu kalt, na gut macht aber eins aus immer noch zu kalt gut ab boah allein wie geil die Flammen aussehen so so okay da brennt du halt bis zum st nimmerleins tag okay gut wir sehen uns dann wieder, wenn das Ei fast fertig ist ähm ich würde sagen, das schaffen wir dann vielleicht in der nächsten Folge danke fürs Zusehen vergesst nicht zu bewerten, zu kommentieren sonst wird das nichts mit dem weitergehen bis dann ciao, ciao